Dieser Deutsche, der da redet, die Generation jünger als er selber, der hat auch recht, wenn er von der großen Scheiße des Krieges redet, der hat auch recht. Der Brezhnev hat gespürt dem jungen Mann da eben gegenüber, so jung war ich auch nicht, war damals einige 50. Der ist ernst zu nehmen. Später habe ich dann gemerkt, Brezhnev hatte Angst vor einem neuen Krieg. Er hatte Angst vor einem Krieg, vor allen Dingen mit China, aber auch Angst vor einem Krieg mit dem Westen. Und er hatte recht. Und ich habe auch immer Angst gehabt vor Krieg.